Ciao zusammen, wir sind Assied und das ist ein Schlinneli-Konzept. Ist das Budget leider nicht? Ja, wer sagt jetzt? Sagt du nachher ein Schlau, Seppi. Soll ich das nicht sagen? Ja, sag du nachher, kommt das Mose im Schuh. Soll ich das nicht sagen? Gottlos Nahtag. Alright, dann. Na 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 na, eh oh. Wie hab ich einfach das Gefühl? Ich lebe fast richtig. Soll ich. Leider ist es ganz geil, bei der Deutsch-Alto für 1000 Stunden. Für mich wollte es 20.000 genutzt werden, Video-Clip zu machen. Schau jetzt in die Welle und vorne. Und meine Mama hat euch gesagt, das ist der Blas-Bübel. Irgendwann kann man kein Geheimnis von mir. Und wir müssen jetzt für ein Blübel. Ich hoffe nicht. Tschüss.